Und Alex Schweine, die Segel ist stumm Was kann passieren? Das ist ja alles für Süßes, hm? Ja, 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 ja Das ist ja nicht so weit 10 Scheiben, oder? 10 Scheiben, 30 Meter Ich bin ja nicht bein, und wann geht nochmal weg? Bist doch betrunken, guck mal wie die Segel wackelt Hältst du die Ketten, die sollst mitnehmen Oh, 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 oh Ich geh mal weit weg Oh, oh, oh David Das ist ein guter Stil, auch mit den Zähnenfeuern gebrochen Das ist ja so schön, ne? Ne, eine Mopedkette drauf gezogen Wir nehmen ihn mit heim Moment, er kommt vors Haus Nicht mit heim nehmen, die Frau bleibt da und das Holz bleibt hier Jetzt wird aber neu angesetzt Wuhuuu 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 Wuhu Wuhu Wuhu